Wir sind in Amsterdam und wir fahren den TCS Amsterdam Marathon. Wir sind eine richtig coole Truppe und es macht einfach ungeheuer viel Spaß zusammen mit Polar auf solche Events hier zu gehen und ich bin einfach froh dabei zu sein. Ich finde, dass wir mit vielen enthousiasten und sportlichen Menschen in der Anruhe kommen, die alle gleiche ambitie und goals haben, um ihren Sport auf eine so gut mögliche manier auszudrücken. Die Spiele von Polar dragen daaraan bei. Ich denke, ich bin ein fantastischer Athletiker, aber es ist toll, dass Polar jemand wie ich kann Teil des Global Ambassadeursprogramms sein. Ich benutze Polar seit einem Jahr und einem halben Jahr. Ich mache meine zweite Marathon mit Polar und ich bin immer mit ihm trainiert. Meine erste Polar hatte ich schon vor 2005, glaube ich, als ich mit Triathlon angefangen habe. Und ja, es hat sich dann halt immer durchgezogen bis heute, wo ich heute die neueste am Handgelenk tragen darf. Polar benutze ich jetzt seit über zwei Jahren. Meine erste Uhr war die V800. Ich habe Polar benutzt, weil ich denke, dass die technologie sehr gut ist, die jeder bereits kennt, gibt es eine sehr einfache Verbesserung. Ich konnte immer sehr gut mit dem, obwohl ich eine sehr technologische Person bin. Und ich denke, die Modellen sind toll. Ich finde die Polar-Produkte nicht allein schön, aber sie sind auch super makkelijk in gebruik, sehr gebruiksfreundlich. Und sie helfen mir, um besser zu werden und ins hart zu laufen. Ich finde, dass es einfach für jede Sportart eine passende Uhr gibt, oder ein passendes Accessoire zum Fahrradfahren. Dann habe ich meinen Radcomputer. Ich nutze trotzdem manchmal noch die Uhr dazu. Man kann für Leute, die den Brustcode nicht mögen, gibt es ein extra Pulsmesser für den Arm oder für das Bein. Für jede Situation gibt es das passende Gerät. Dadurch, dass die Polar sämtliche Dinge aufzeichnet, hilft mir meine Polar dabei, mich von meinen zwei Schwangerschaften zu erholen. Und dass ich wieder auf meinen möglichst alten Fitnesszustand zurückkomme. Das ist eine andere Sache, die ich fantastisch finde, ist die Sportzonen. Ich wusste gar nicht mehr, bis ich meine erste Polar hatte. Man kann viele Kalorien nur mit einer hohe Intensität nieren. Das hilft mir smarter trainieren. Das ist fantastisch. Ich train mit Herzschlagzonen. Das ist eine der Dinge, die Polar sehr spezialisiert ist. Das ist etwas, was mir sehr helpt. Das ist etwas, was mit den Trainern, die ich nun habe können, ist das etwas, was ich sehr zufrieden bin. Die Pasta Party. Die Fahrzeugen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020